Nach Juve-Ausbotung Juventus Turin hat im Rücken überraschend nicht für die Champions League nominiert. Der deutsche Nationalspieler zeigt sich sichtlich geschockt und möchte den Dialog mit Juve suchen. Quelle, Omnisport Fußball-Nationalspieler im Rücken hat mit großem Unverständnis und extremer Verärgerung darauf reagiert, dass er bei Juventus Turin nicht ins Champions League-Aufgebot berufen wurde. Zurück im Nationalteam, doch beim Verein läuft es nicht. Im Rücken wurde von Bundestrainer Joachim Löwe die anstehenden Emeritiert-Qualifikationsspieler der deutschen Nationalmannschaft, Freitag gegen die Niederlande, Montag in Nordirland, nominiert. Nur bei Juventus Turin setzt man scheinbar nicht mehr so recht auf ihn. Denn der Mittelfeldspieler wurde nicht für das Champions League-Aufgebot seines Vereins nominiert. Das ist extrem schockierend für mich, dass ich nicht dabei bin in der Champions League, weil man mir letzte Woche noch etwas anderes versprochen hat, sagte Ken am Mittwoch in Hamburg vor dem Training der deutschen Nationalmannschaft. Trainer Maurizio Sarri habe ihm die Entscheidung am Vorabend in einem kurzen Telefonat mitgeteilt, ohne mir eine Begründung zu nennen, beklagte er. Das macht mich schon sauer und wütend, sagte der 25-Jährige. Beim ehemaligen Bundesliga-Profi stand bis zu Wochenbeginn noch ein möglicher Vereinswechsel im Raum. Für mich war eine Bedingung, beim Verein zu bleiben, dass ich in der Champions League dabei bin, sagte Ken. Nach Ablauf der Transferfrist am Montag ist es für ihn aktuell nicht mehr möglich, zu einem Champions League-Teilnehmer zu wechseln. Ken kündigte trotzdem Konsequenzen nach dem Vorgehen von Juve an. Der italienische Meister mit Superstar Cristiano Ronaldo und Ex-Nationalspieler Sami Kedira spielt in der Königsklasse in der Gruppe D mit Bayer Lefakusen, Atletico Madrid und Lokomotive Moskau. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team